Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wer diese NVMe SSD sieht, der weiß es geht weiter mit unserer Ugreen NAS Sync Serie, denn wir haben diesmal die DXP 480T Plus, also die SSD Version mit super schnellem Speicher und somit auch super schneller Verfügbarkeit der Daten hier, denn die werde ich zukünftig für meinen Videoschnitt und Co. benutzen. Deswegen ist das Ding jetzt hier, wir gucken es uns nur in aller Kürze mal in einem kurzen Hardware-Check an. Die DXP 480T ist im Gegensatz zur DXP 4800 Plus, die wir ja vorher hatten, zwar aus der gleichen Serie, nämlich der NAS Sync Serie von Ugreen, aber es ist eben die Hochgeschwindigkeitsversion und nicht eine Version, die mit normalen Festplatten läuft. Das werden wir gleich auf der Rückseite auch nochmal bei den Fakten sehen, ansonsten sehen wir es auch nachher nochmal bei der Hardware-Betrachtung. Vom Grundsatz her ist das Gerät identisch in vielen Punkten, aber eben halt nicht in allen, sondern in manchen auch deutlich dann unterschiedlich. Also zunächst mal, die Bezeichnung ist logischerweise unterschiedlich, dürfte keinen überraschen. Das Betriebssystem ist das gleiche, UGOS Pro, der Prozessor ist auch der gleiche wie bei der DXP 4800 Plus, RAM ist der gleiche, die SSD ist auch, oder die Startfestplatte, das Betriebssystem auf der gleichen Festplatte, aber dann haben wir halt NVMe SSDs mit an Bord, die per PCI Express 4.0 mit 4 Lanes angebunden sind. Also wirklich richtig fixe Dinge, da dürfte an Geschwindigkeit richtig was gehen. Wir haben einen Videoport, also HDMI-Port mit 8K, bei der DXP 4800 Plus nur 4K. Wir haben den 10 Gigabit Ethernet-Port mit an Bord, der halt eben auch schon bei der Version 4800 Plus vorhanden war. Wir haben hier einen WiFi mit an Bord, das war auch bei der 4800 Plus nicht vorhanden. Wir haben zweimal Thunderbolt 4 Ports mit an Bord, die auf der Rückseite verbaut sind, um den schnellen Zugriff auf Speicher externer Natur noch zu gewährleisten. Und ansonsten, seht ihr hier unten drunter, die Maße sind halt nochmal deutlich kleiner als bei der DXP 4800 Plus. Es ist eine kompaktere Variante, die aus meiner Sicht eher vielleicht für den Schreibtisch gedacht ist, wobei sich das im Test noch zeigen muss mit den Lüftern. Ja und bevor wir nachher zu den Lüftern kommen, packen wir das Ding doch erstmal aus und gucken uns an, was hier mit drin ist. Die Verpackung ist auf jeden Fall ganz schick gemacht, denn wenn wir jetzt hier gleich diese Lasche aufgeklappt haben, dann seht ihr, das Ganze entfaltet sich so ein bisschen wie ein Geschenk. Finde ich irgendwie ganz cool gemacht. Jetzt tun wir es einfach mal weg, damit es uns hier nicht weiter stört. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Verpackung zur Seite. Das macht glaube ich Sinn, damit ihr auch besser sehen könnt. Ansonsten müssen wir das hier gleich vorne aufklappen und kommen dann zu unserem eigentlichen, zu dem eigentlich Interessanten, nämlich der DXP 480T Plus. Sieht ein bisschen aus wie ein Mac Mini, muss man sagen. Finde ich zumindest vom Formfaktor und auch von der Farbe gleich. So, jetzt müssen wir hier unten noch drankommen. Und das ist, ah ok, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich habe es nicht gesehen. Da ist unten diese kleine Aussparung, damit hätte man es auch einfacher aufmachen können. Das habe ich jetzt nicht gesehen wegen der Kameraeinstellung. So, wir haben hier einmal Anleitung und Garantiekarte. Ich glaube, das können wir wegtun. Dann haben wir hier natürlich Wärmeleitpads. Noch viel wichtiger als vielleicht bei irgendwas anderem, dass wir hier aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, die wir erreichen wollen, das Ganze dann auch vernünftig anbinden könnten. Das ist ein Schraubenzieher, um alles verbauen zu können. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Ah ok, das ist vermutlich ein CAT 7 Kabel, welches mitgeliefert wird, damit er da auf eine vernünftige Geschwindigkeit kommt. So ihr denn vielleicht ein 10 Gigabit Ethernet schon zur Verfügung habt. Und ansonsten haben wir hier noch die Stromversorgung, die wir uns jetzt gleich auch nochmal im Detail anschauen wollen. Ich gucke schon mal drauf, damit wir wissen, was wir hier haben. Und ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall klein und kompakt aus. Und wir haben 140 Watt, 20 Volt, 7 Ampere, 140 Watt Netzteil mit an Bord. Deutlich weniger, als das noch bei der DXP 4800 Plus war. So, dann schauen wir uns das Ding mal im Detail an. Optisch sieht es erstmal aus meiner Sicht wirklich aus wie ein Mac Mini, was ja kein negativer Punkt ist. Es fühlt sich gut an. Die Farbe gefällt mir auch sehr gut an den Seiten. Lüfter auslässt sowohl rechts als auch links. Ansonsten vorne der Bereich optisch anders gehalten. Etwas schlichter oder etwas optisch ansprechender, würde ich sagen, als noch die DXP 4800 Plus. Und hier auf der Rückseite seht ihr dann auch schon die vier NVMe Ports. Oder beziehungsweise Einschübe, wo wir das Ganze reinpacken können. Hier unten seht ihr einen kleinen Konnektor. Und der ist dazu gedacht, um hier diese Kühl-Lüfter-Einheit noch auf die Rückseite zu bringen. Ihr seht jetzt gleich, hier ist einmal dieser Kühlbereich. Und ihr seht auch schon die Lüfterauslässe. Und dann seht ihr hier quasi die Hochgeschwindigkeitslüfter. Die drehen tatsächlich unter Last wirklich lauter, als man sich das vielleicht vorstellt. Das muss man halt wissen. Ich werde es trotzdem bei mir auf dem Schreibtisch tun. Denn sie tun natürlich auch Übriges, um die Temperatur dann zu reduzieren. So, auf der Rückseite haben wir dann noch logischerweise einen Stromanschluss. Wir haben einen Reset-Button, um euch wieder ins System zu bringen, so irgendwas schief steht. Und wir haben die zwei Thunderbolt 4 Ports, die ihr dann natürlich dazu benutzen könnt, um vielleicht externe Speicher sehr, sehr schnell anbinden zu können. Wir haben einen USB 3.2 im USB-A-Format, den HDMI-Port mit wie gesagt 8K-Auflösung und wir haben einen Lautsprecheranschluss und natürlich unser schon mehrfach erwähntes 10 Gigabit Ethernet, damit ihr halt auf diese Daten auch schnell zugreifen könnt. Und aktuell ist es noch ein NAS. Das DAS ist vielleicht in Zukunft noch geplant. Das wäre natürlich ein absolutes Highlight, wenn ihr die Thunderbolt 4 Ports dafür nutzen könntet. Ja, das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein mit dieser kleinen Hardware-Einführung sozusagen. Wer was zur Software sehen will, der kann gerne das Video zur DXP 4800 Plus gucken. Da gehe ich auch noch intensiver auf die Software ein. Ich werde mir das Ding jetzt erstmal einrichten und in den kommenden Wochen und Monaten intensiv nutzen, gerade über die Thunderbolt Ports und so weiter und so fort. Da werde ich mir sehr genau angucken, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch interessiert. Das werde ich dann für die kommenden Videos nochmal aufnehmen. Ansonsten bleibt mir am Ende nichts anderes zu sagen, als dass das Ding derzeit noch auf Kickstarter im Vorverkauf ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr da für 5 Dollar Anzahlung halt 35% Rabatt noch rausholen. Preis aus meiner Sicht absolut fair für die Hardware. Software wird sich dann in den kommenden Wochen und Monaten noch zeigen. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und am Ende bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Alexa, Kamera aus.